minecraft werden wir vielleicht so ein bisschen länger spielen also da kann ich mich schon mal verlassen paar jahre auf jeden fall drei jahre mindestens auf jeden fall weil ich so viel spaß an dem game hier ab ist unglaublich noch 60 stück ob das reicht so sein was brauchen wir noch die jurid aber das fahre ich dann gerne ist der tunnel soweit fertig und also noch dieses stückchen hier sie vorwand vom tunnel wir vielleicht auch aus anders sehen machen können wir haben da anders sind natürlich auch schon viel sparen wir uns ein bisschen diorite aber ansonsten sind wir dann mit dem tunnel fertig schön dass wir eigentlich nach so vielen folgen auch mit dem tunnel fertig sind schön so darum komme ich an muss ich springen so noch 30 stück 25 stück hier noch einmal zu so und so wahnsinn 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 mir kommen ja gleich die tränen hier so dann würde ich mal sagen jetzt decken uns irgendwie hier hier erstmal hoch für hier oben ankommen machen wir diese vorwand weg machen wir auch auf der anderen seite gleich dann kommen jetzt die letzten zwei arbeiten naja fast die letzten ach stimmt da kommen ja noch die der ganze boden kommt da noch hier ist ein platz ein block platz aber da nicht das ist natürlich unsymmetrisch das scheiße das ist tatsächlich wieder scheiße da werden wir uns vielleicht dann noch wenn wir zeit haben wieder ansetzen und diese mauer hier begradigen klack klack ja das ist jetzt echt scheiße dass es hier ein auf den ist und da nicht naja machen wir dann wenn wir den boden raushauen hier noch zwei fackeln für die unendliche beleuchtung und dann haben wir das auch vielleicht kommt hier eine schrift drüber mit albert tunnel oder sowas der soll auf jeden fall albert tunnel heißen das ist der albert tunnel albert und die relativitätstheorie tunnel so joa skelette klacken das kommt hier weg vom boden machen wir es auf der anderen seite auch nochmal hier haben wir hier haben wir auf beiden seiten symmetrisch super und hier haben wir die wand die da irgendwie oben so ist und hier haben wir natürlich auch gleich wieder das wasserproblem ist mir auch eigentlich vollkommen egal und dann fahren wir hier sogar noch so ein bisschen anders sieht da oben gibt es dann auch wieder ein problem so klack 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 Und so ist das dann jetzt Dann nehmen wir jetzt die Fläche hier schon mal weg Aber mal ganz weg damit der Tunnel Hier so ein bisschen frei ist Würde ja blöd aussehen Müssen wir hier natürlich oben auch nochmal Arbeiten So hier auch Okay da haben wir schon Kommt die ganze Linie hier Würde sogar Schön aussehen hier mit diesem Wasser vorn Na Fertig Da passt noch Diorit hin 14 Stück sollten reichen Da und da Und dann haben wir es auch Haben wir den Tunnel auch fertig Ah man ich sag immer fertig Kommt der Boden Oh ne Falscher Stein Schön Ich würde einfach mal sagen Wir sind Schon wieder Wir sind fertig mit dem Tunnel Ne Ähm Wir haben da jetzt was unglaubliches Geschaffen Und jetzt kommt nur noch der Boden Hinten noch die Mauer Und dann sind wir vollkommen fertig Sag ich schon wieder vollkommen fertig Dann müssen noch die Minecart Bahn durch Mensch Was ist denn los Ah Gott Mensch Aber was soll ich jetzt eigentlich auf der anderen Seite Ich kann ja jetzt natürlich Ähm Gleich damit anfangen den Boden rauszureißen Sollten wir auch machen Weil da ist viel Arbeit Verdammt viel Arbeit Aber erstmal tue ich die Sachen zurück Weil wir jetzt so viel nämlich nicht mehr brauchen So viel brauchen wir nämlich tatsächlich nicht mehr Mensch so viele Diamanten Zu viel einfach Ähm Die Diamanten hätte jetzt schon was reintun können So Die Kohle hier kommt hier rein von mir aus Das kommt hier rein Dann kann dieses geschmolzene Zeug wieder hier rein Sand habe ich mitgebracht Dieser Scheiß kommt da wieder zurück So Kommt hier Weizen hin Die Schwämme Ist auch wieder ein Ofen Bratet mal ihr schön Schwämme Das kommt wieder jetzt zum sonstigen Zeugs rein Der Ofen Kommt hier mit rein Das kommt hier mit auch rein Und dann kommen Brauche ich Kabel Ach stimmt Jetzt habe ich das ganze Kabel wieder weggetan Ich weiß nicht ob das reichen wird Hoffentlich Dann können wir natürlich auch wieder was zu essen gebrauchen Vertragen Und irgendwas macht er gerade an meinem Computer Irgendein Hintergrundprogramm Ich weiß ihn nicht Ich weiß ihn nicht Ich bin fast eben kurz geruckelt So Eine neue Schaufel können wir vielleicht auch noch gebrauchen So Damit wären wir fürs nächste ausgerüstet Und dann macht er irgendwas Irgendwas macht er wieder für ein Hintergrundprogramm auf Echt scheiße Das ist ja ein Computer Der weiß ja nicht dass ich jetzt hier auf Der weiß dass ich hier aufnehme Aber der weiß ja nicht ob das es hier Bisschen nervig werden würde Kabel brauchen wir eigentlich gar nicht mitnehmen Das reicht vollkommen Da wir jetzt auch noch den Boden hier ausheben Mensch was ist denn los Jetzt 20 FPS nur noch 10 Jetzt stabilisiert es sich wieder Keine Ahnung Vielleicht hat die NSA wieder zugegriffen NSA wenn du das hier hörst Ich lasse dich So Lehm kriegen wir natürlich hier auch schön raus Lehm, Ton und Sand und Stein natürlich auch So Die Schaufel ist gleich Schrott Wir haben aber gleich eine neue mitgenommen Das ist natürlich besser Sicherer So 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 Bei dieser Musik kann ich das Spiel einfach nicht mehr ernst nehmen Merke ich gerade So 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 Wir heben Wir heben erstmal die komplette Fläche aus Und danach ersetzen wir alles durch Stein Oder wir können uns ein Stück für Stück Arbeit Äh Können wir auch machen Aber Bringt eigentlich recht wenig So 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 Stückarbeit machen, das mache ich am besten jetzt, damit wir nicht zu viel im Inventar haben. Würde ich mal sagen, ab geht er, Peter! So, 13 Stück noch. Natürlich haben wir hier im Tunnel ein sehr hohes Wasserproblem, nämlich die, ähm, die Luftfeuchtigkeit liegt hier bei, würd' mal sagen, 90 Prozent, äh, einfach mal so, weil das hier aber auf einer Decke tropft und ist natürlich nicht schön, wenn das alles hier ständig nass ist, ne? Aber darum müssen wir uns eigentlich in Minecraft keine Sorgen machen. So. Da sind wir auch schon fast wieder bei unserem jetzigen Standpunkt festge-, äh, also festgekommen, sag ich, äh, angekommen. Und jetzt geht's weiter!